Hallo, ich grüße euch. Es wird Zeit, dass wir uns wieder einmal zum geplanten Bauvorhaben der Stadt Frankfurt, der Josefstadt, unterhalten. Mike Josef in seiner leidigen Rolle als Planungsdezernent hat ja nun unlängst verkündet, dass man auf die Bebauung der westlichen Seite der A5 verzichten würde. Das heißt, Frankfurt, damit meint er meist sich selbst, verzichtet darauf, den Steinbacher Bürgern Frankfurter Stadtteil namens Steinbach-Ost vor die Nase zu setzen. Ja, ihr habt es richtig verstanden. Die Stadt Frankfurt wollte tatsächlich entgegen den Willen der ganzen Region und ohne jegliche Beteiligung der Bürger oder Absprache mit den örtlichen Gremien, nicht nur den Steinbachern, sondern auch den Ober-Ostlern eine gigantische Bebauung direkt vor die Nase setzen. Also quasi einen ganzen Landstrich unter Beton nehmen. Jetzt also soll nur noch der östliche Teil der A5, also auf der Frankfurter Seite, gebaut werden, dafür natürlich dichter und massiver. Es wird dort also genau das Betonghetto gebaut, wovor wir ja immer schon gewarnt haben. Es ist also nicht mehr von einer lockeren Blockbebauung die Rede. Jetzt wird uns verkündet, dass dort Hochhäuser entstehen werden, die sich wie ein Riegel vor die Frischluftschneise setzen. Man nimmt dabei billigend in Kauf, dass in den anreinenden Frankfurter Wohnvierteln sich das Klima um 2,8 Grad erwärmen wird. Die Höchstspannungsleitung soll verlegt werden auf die westliche Seite der A5. Ihr wisst ja, dass rechts und links entlang einer solchen Höchstspannungsleitung ein Korridor von 400 Meter Abstand eingehalten werden muss. Ob eine solche Verlegung da dann wirklich hilft, ist fraglich, denn auch damit werden die 400 Meter nicht eingehalten. Auf der westlichen Seite sollen lediglich Sportplätze gebaut werden, große Sportplätze, die sind in den Plänen eingezeichnet. Natürlich auch ohne Parkplätze und ohne jeglichen Straßenzugang. Das Ganze ist natürlich grün gebaut und vom Grün her gedacht. Also ohne Autoverkehr, auch alle Entlastungsstraßen für das bereits heute schon sehr geplagte Braunheim sind gestrichen. Jeder, der sich in der Gegend nur einigermaßen auskennt, weiß, dass dieses Gebiet verkehrstechnisch das absolut schlechteste Gebiet ist, was man sich für solche Bauvorhaben auch noch ausdenken kann. Grün gebaut und grün gedacht, das ist in Frankfurt unter der Ägide der Frankfurter Grünen auch ein ganz und gar völlig unglaubwürdiges Versprechen. Die Frankfurter Grünen haben in Gänse versagt. Davon muss man nur durch Frankfurt durchlaufen, um das schon mit bloßem Auge zu erkennen. Und es ist so, wie wir das stets von Anbeginn gesagt haben. Das Gebiet, die 560 Hektar fruchtbare Ackerflächen, sind nach der eigentlichen Gesetzgebung aus mannigfachen und unterschiedlichen Gründen unbebaubar. Geht es nach dem Willen des Planungsdezernenten Maik Josef, werden die Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, die Kaltluftentstehungszonen, die Frischluftschneise und die Tierhabitate brutal und rücksichtslos zerstört. Entlarven ist nun, dass Maik Josef nach einer sechstjährigen ergebnisoffenen Untersuchung und Millionen Kosten verkündet, dass er nun versucht, seinen Josefstadt mit allen Mitteln durchzusetzen. Das heißt, er strebt nun ein Zielabweichungsverfahren an, um alle rechtlichen Hebel, die das Gebiet schützen, außer Kraft zu setzen. Der reguläre demokratische Weg wäre, den Regionalplan in einem iterativen Prozess mit der Region abzuändern. Das erfordert allerdings die Beteiligung von verschiedenen Interessensgruppen und auch der Öffentlichkeit. Und das ist so typisch für diesen Mann und für seinen unsäglichen Stil, dass er nun diesen Weg wählt. Der BUND kritisiert, dass es sich bei solchen Abweichungsverfahren bisher um reine Verwaltungsentscheidungen handelt. Das Verfahren ist nicht öffentlich. Bislang gibt es auch kaum Klagemöglichkeiten dagegen. Der BUND hat generell schon gegen diese Methodik eine Klage erhoben und erwartet nun von den Bundesrichtern dazu ein Grundsatzurteil. Diese Zielabweichungsverfahren sind nämlich eigentlich gedacht für Ausnahmen und generell nur für kleine Flächen von 5 bis 10 Hektar, nicht für solche große Baugebiete. Das weiß natürlich auch der Maik Josef, aber es ist eben genau seine Art zu arbeiten und typisch für diesen Mann. Die allgemeine Sympathie für Klima und Natur und Umweltschutz wird ja immer häufiger auch derzeit in Frage gestellt. Und die Josefstadt soll ja auch gebaut werden, ganz egal, was da alles zerstört wird. Sie wird immer dichter und immer höher geplant. Heute mehr denn je brauchen wir aber den Widerstand gegen eine solche Politik und auch Verstärkung. Wenn wir den Widerstand zugrunde gehen lassen, wenn wir zulassen, dass er erstickt, wenn wir die Verrohung dieser Menschen dulden, verlieren wir das Wichtigste, was wir haben, unsere Moral oder das, was davon übrig bleibt. Und Frankfurt wird weiter bestehen, sagen manche Leute. Und die Klimaerwärmung um satte 2,8 Grad in den Stadtvierteln sei tolerierbar, sagt der Maik Josef. Er weiß das mit seiner Expertise. Er war ja der allerengste Buddy und Zögling des Ex-Obe Feldmann. Und der hob ihn in dieses Amt, denn zuvor war Maik Josef Organisationssekretär des Gewerkschaftsbundes. Und Frankfurt braucht die Josefstadt, sagt Maik Josef. Als sei Frankfurt mehr wert als die Frankfurter Bürger. Es ist zu spät, sagen einige. Zu viel Zeit und Geld ist in das Projekt investiert worden, um es jetzt noch zu kippen. Es stimmt, dass Maik Josef bereits etliche Millionen, um das Projekt durchzusetzen, ausgegeben hat, damit er sich quasi seine Lobby zusammenkauft. Das ist ja seine Masche. Aber das Projektfortsetzen heißt eben, schlechtem Geld noch mehr Gutes hinterherzuwerfen. Nun steht die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt an. Bitte wählt keinen dieser Betonköpfe bei den kommenden Wahlen. Bitte gebt eure Stimme bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl nicht an Maik Josef von der Frankfurter SPD noch Frau Dr. Rottmann von den Frankfurter Grünen. Die Frankfurter Grünen unterstützen den Bau der Josefstadt so inbrünstig. Sie stehen wie die Frankfurter SPD für die aktive Zerstörung dieser Landschaft. Und das ist gegen Natur, Landschaft und Klimaschutz mit fatalen Folgen für uns alle und für alle nachfolgenden Generationen. Bitte, wenn ihr gegen den Bau der Josefstadt seid, dann bitte keine einzige Stimme für Maik Josef von der SPD und keine Stimme für Frau Dr. Rottmann von den Frankfurter Grünen. Setzt ein Zeichen und stoppt diesen Wahnsinn. Im Sinne der Unterstützung, falls euch das Video gefallen hat, bitte gebt uns ein Like, bitte teilt das Video und bitte bleibt informiert. Und damit ihr auch weiterhin keines unserer Videos verpasst, abonniert bitte diesen Kanal. Dankeschön.